Der TTW ist für Travelport seit vielen Jahren eine sehr, sehr wichtige Plattform, weil das ist eigentlich der Platz, wo wir den Grossteil unserer Kunden treffen können. Die Zusammenarbeit mit Travelport schätze ich als sehr wertvoll ein. Es ist eine sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit auf einer sehr persönlichen Ebene. Es ist ein sehr etablierter Partner, auch besonders in diesem Markt hier in der Schweiz bei uns. Der Service ist immer sehr prompt. Freundlich am Telefon, sehr hilfsbereit, wenn man sie braucht, auch sehr speditiv vom Service her. Wenn irgendwelche schwierige Fragen kommen oder so, man bekommt sofort Support. Eine sehr offene und angenehme Zusammenarbeit. Die Preis-Leistung ist absolut top. Wenn man zufrieden ist, muss man dranbleiben. Man hat viele Informationen auf den CATS, die man findet. Also sehr benutzerfreundlich. Es ist ein grosser Vorteil, dass es ein kompaktes System ist mit vielen Produkten. Also auch CATS haben wir sehr gerne, arbeiten wir sehr gerne. Sehr gut, es ist ein sehr logischer Aufbau des Systems. Wir sind sehr zufrieden, gerade weil CATS natürlich eine sehr starke Verbreitung in dem Schweizer Markt hat. Es ist ein gutes System, die Reisebewusstse sind zufrieden damit, dass sie es einfach zu handhaben. Es ist wirklich ein tägliches Instrument, das es braucht, als ohne da geht es gar nicht. Das Produkt ist einfach das Beste, das es gibt auf dem Markt und dementsprechend gibt es für mich keine Alternative. Die Levelport's Map-Band-App ist ein sehr einfacher Tool zu benutzen. Das ist ja ganz neu und natürlich auch da wieder sehr hilfreich und zeitsparend. Der Vorteil für einen Worldspan-User heute, er kann, wenn er wechseln möchte, auf Galileo weiterhin seine Worldspan-Eingaben tätigen. Man hat alles auf einen Blick, das ist sicher ein ganz grosser Vorteil dafür. Es ist aufgebaut, sehr logisch und gut. Dass vor allem wir, wo meistens viele neue Mitarbeiter einschulen müssen, dass es sicher die Zeit verkürzen wird, bis ein Mitarbeiter im Galileo versiert ist. Auch da Top-Produkt, ja. Also auf einer Skala von 1 bis 6 würde ich eine 6 geben. Ich würde mich wieder dafür entscheiden, wenn ich neu anfangen würde, ja. Wahrscheinlich das beste Angebot. Sehr zufrieden und halt auch langjährige Mitarbeiter, wo man Bezüchelungen aufbaut, wo man kennt, wo man weiss, da wird mir geholfen. Die Produkte sind einfach Meilensteine voraus im Vergleich zu anderen Anbietern. Jedes Jahr ist etwas Neues und etwas verbessert worden und das ist genau das, was ich suche. Für uns ist Redelport einfach der Wichtigste und der Beste. Für uns ist Redelport einfach der Wichtigste und der Beste.